Hallihallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Heute gibt es wieder mal einen Vlog von mir. Dieser auf Reisen. Vlog 5, Hannover 2. Uns zieht es mal wieder in die Hauptstadt Niedersachsens. Ich denke mal, mittlerweile wisst ihr warum. Wir besuchen die Elisa von Elisa in Kiwi. Wir haben uns schon seit dem letzten Vlog nicht mehr gesehen, also wird es wiedersehen, umso schöner. Ich versuche euch auch leicht angeschlagen, trotzdem an allem, was wir machen, teilzuhaben. Teilhaben zu lassen. Alles klar, viel Spaß. Teilhaben zu lassen. Elisa und ich werden jetzt noch etwas drehen für euch. Lasst euch doch einfach mal überraschen, was dann in den nächsten Wochen auf meinem Kanal erscheint. Bis dann! 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 Und schon geht ein Vlog wieder vorbei. Das war die Saar auf Reisen. Vlog 5, Hannover 2. Uns hat es in Hannover sehr gut gefallen. Und es ist mir ganz schwer gefallen, meine Elisa in der großen Stadt wieder allein zu lassen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Einen schönen Gruß nochmal an die Elisa. Tschüssi.